Yo, was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um einen kostenlosen Skin, den ihr bekommen könnt. Und ich werde euch erklären, wie ihr die Möglichkeit darauf habt, das Ganze zu erhalten. Doch bevor es mit dem Video losgeht, Freunde, wollte ich kurz rüber auf den PC switchen. Und zwar hier bei Pigo Keys, Freunde. Ihr wisst ja, gab es ein Angebot mit Code Halloween, hat man 10 Euro Rabatt auf den Bangra Boogie Emote bekommen. Jetzt, Freunde, geht das Ganze bis zum 08.11.2020, weil ihr so viel Liebe dagelassen habt. Und viele Leute haben mich gefragt, Fraps, wie funktioniert das überhaupt mit diesem Code? Beziehungsweise, wie kann ich diesen Rabattcode eingeben? Das zeige ich euch ganz kurz. Ihr geht auf das Produkt. Also ihr macht den Artikel in den Warenkorb, geht auf Checkout. Füllt dann eure Daten ein, das habe ich schon gemacht. Dann geht ihr auf Weiter. Und hier könnt ihr dann die Zahlungsart auswählen. Und hier gebt ihr dann oben den Rabattcode ein. Ihr seht, der ist schon drin, 10 Euro Rabatt. Wählt die Bezahlmethode aus, Paysafe beispielsweise, drückt auf Weiter und fertig. Nun gut, soviel dazu. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir zum eigentlichen Thema des Videos kommen. Und zwar zum kostenlosen Skin. Ihr seht hier, Freunde, das Ganze wird bereits schon in Game angeteasert. Aber, aber, aber. Wir switchen rüber auf den PC, da es dort die allerechten Informationen gibt und die wichtigen Informationen. Also, Freunde. Ihr seht, Lachlan, ne? Lachlan ist ein, ja, amerikanischer YouTuber. Ich kann euch das Ganze gerne mal zeigen. Lachlan ist ein amerikanischer YouTuber mit 13,9 Millionen Abonnenten. Und er hat schon hier angeteasert gehabt vor zwei Tagen, dass sein eigener Skin rauskommt. Und dann hat er hier im heutigen Video angegeben, wie genau sein Skin aussehen wird und was es noch oben drauf geben wird. Aber, Freunde, dazu jetzt mehr. Zeit, die Waffen niederzulegen und eure Spitzhacken zu greifen. Nehmt an Lachlans Spitzhackenraserei am Samstag, den 8. November teil, um Lachlans kosmetisches Set zu ergattern, bevor ihr es in dem Itemshop kaufen könnt. Alle Gewinner bekommen somit die Chance, mit Lachlans Outfit und Rückenaccessoire, sowie der dazugehörigen Spitzhacken und dem Emote im Spiel vor allen anderen zu prallen. Das bedeutet hier kurz zusammengefasst, also am Samstag, dem 8. November, gibt es sozusagen dieses kleine Event. Und dann von Samstag auf Sonntag, also dem 9. November um 2 Uhr morgens, kommt der Skin dann in den Shop. Und ihr habt halt davor die Möglichkeit, wenn ihr diese Aufgaben erledigt, den Skin halt vorher zu bekommen. Und wie funktioniert das Ganze? In diesem Turnier müsst ihr gemeinsam mit zwei eurer Freunde besonders clever und allenfalls reich vorgehen. Das bedeutet, du und zwei Kollegen von dir können jetzt an dem Turnier teilnehmen und sollten auch teilnehmen, weil wenn ihr halt unter euch Kollegen seid, ist es einfacher, sich abzusprechen. Ihr müsst nur mit Spitzhacker als Primärwaffe ausgestattet und dann müsst ihr nach rostigen Dosen, Impulsgranaten, Klongranaten und Vorratslieferungen suchen, um euer Team zu schützen und die Gegner auszuschalten. Also ihr müsst mit all diesen Sachen hier, also mit rostigen Dosen, Impulsgranaten und Klongranaten, müsst ihr sozusagen einfach den epischen Sieg holen. Also so, dass nur noch eine Person lebt. Ohne Schild, ohne High-Gegenstände könnt ihr eure Kondition nur aufladen, indem ihr einen Gegner ausschaltet oder einen Emote nutzt. Eine Sache noch, bei dem Baumaterial gibt es ein Limit von 10 Material. Ihr solltet euch also nicht planlos verbauen. Dann gibt es noch hier die Regeln. Dann haben wir hier unten, schaltet am 8. November kurz vor 1 Uhr den Stream ein, wenn ihr sehen wollt, wie Lachlan sein Outfit enthüllt. Okay, also hier wird nochmal ein bisschen für Lachlan Werbung gemacht. Und wie könnt ihr teilnehmen? Ihr geht auf den Wettkampf-Tab in der Lobby und sucht dort nach dem Event Lachlans Spitzhackenraserei. Die Startzeiten werden dort dann auch euch vorgestellt. Ihr habt 2 Stunden Zeit, insgesamt 10 Matches abzuschließen. Die Event-Modus wird im Modus-Menü verfügbar sein, sobald das Event begonnen hat. Also Freunde, das bedeutet sozusagen, ihr habt 10 Runden lang Zeit, einen epischen Sieg zu holen, um dann sozusagen das Outfit kostenlos zu erhalten. Was natürlich sehr schwer ist. Das bedeutet aber, wenn ihr 10 Spiele spielen würdet und 100 Leute da sind und ihr 3 Leute seid, ist das schon ein bisschen stressig, bin ich euch ehrlich. Es gibt 33 Teams und ihr müsst halt dann überleben. Es ist eine Chance von 1 zu 33. So wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, und hier sind die Zeiten am 7.11. von 16 bis 18 Uhr. Ganz entspannte Zeit, denke ich mal. Und ja, also mehr gibt es dazu auch dann eigentlich nicht zu sagen. Die Zeiten sind bekannt, alles ist bekannt. Und ihr könnt teilnehmen, Freunde. Auch ganz entspannt den Skin noch mitnehmen. Warum nicht? Kostenlos. Ihr könnt es ja wenigstens probieren. Mit 2 weiteren Kollegen entspannt. Ich finde es auch geil, dass es ein Trio-Turnier ist und kein Solo-Turnier. Weil man, finde ich, mit seinen Kollegen mehr Chancen hat, sowas zu gewinnen, als wenn man das Ganze Solo durchziehen würde. Und im Großen und Ganzen soll es dann aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre dann so mit raus und würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.